Den Job habe ich bekommen, weil ich gut vorbereitet war, weil ich authentisch war. Ich denke, ausschlaggebend, dass ich den Job bekomme, liegt daran, dass ich sehr flexibel bin und diesen Vorteil gegenüber meinen anderen Mitbewerbern ausspielen konnte. Also den Job habe ich damals, denke ich, bekommen, weil ich engagiert war. Man hat gemerkt, ich will es wirklich, ich habe von 0 auf 100 den Führerschein gemacht und dadurch, denke ich, war ich sicher eine Person, die für diesen Job geeignet ist. Ja, die Voraussetzungen sollte ich mitbringen, eben den Führerschein D, die Grundqualifikation dazu, ein hohes Maß an Kundenorientierung. Also das Wichtigste ist die Ausbildung als Kfz-Techniker, das ist das Um und Auf, wobei man damit rechnen muss, weil man so wie ich aus dem Pkw-Sektor kommt und auf Bussen arbeitet, sind die Teile größer, schwerer. Die Technik ist etwas anders. Für diesen Job, dass man in diese Firma passt, braucht man auf alle Fälle ein freundliches Auftreten. Man muss gern auf der Straße sein. Teamfähig sollte man sein, da wir ein sehr großes Team sind, aber ein zusammengeschweißtes. Und das, denke ich, ist das Um und Auf hier.